Mein Name ist Jürgen Bosch, ich bin Zahnarzt von Beruf und seit 22 Jahren in Mannheim-Neuhermsheim in eigener Praxis niedergelassen. Bei der Tätigkeit als Zahnarzt sind vor allem manuelle Geschicklichkeit und Einfühlungsvermögen gefragt. Da mir das Handwerk in die Wiege gelegt wurde und man mit seinem Tun Gutes tun kann, ist die Zahnmedizin für mich der ideale Beruf. Die zahntächtige Ausbildung bringt ein wesentlich intensiveres und tieferes Verständnis für die Zahnmedizin. Man lernt die andere Seite kennen, die für das Gelingen einer Behandlung unabdingbar ist. Wegen der Praxiseinrichtung haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht, uns mit einem Innenarchitekten zusammengesetzt, um ein Wohlfühlambiente für unsere Patienten zu schaffen. Es sind sieben Mitarbeiterinnen bei mir beschäftigt. Die Praxis umfasst drei Behandlungszimmer. In der Praxis ist ein praxiseigenes Labor angeschlossen, in dem meine Frau als Zahntechnikermeisterin arbeitet. Bei unserer Arbeit legen wir viel Wert auf eine gute Qualität und eine sehr ansprechende Ästhetik. Wir geben uns viel Mühe, reibungslose Praxisabläufe zu organisieren. Das bringt für alle Beteiligten nur Vorteile. Unser oberstes Ziel ist die Zufriedenheit der Menschen, die sich uns anvertrauen. Und hierfür ist die Verwendung von moderner Technik unabdingbar. Die Tätigkeit als Zahnarzt steht jeden Tag eine enorme Herausforderung dar. Wir arbeiten nahezu ständig, hochpräzise auf kleinstem Raum mit unmittelbarem Erfolgsdruck und deshalb ist der Ausgleich vom beruflichen Alltag sehr wichtig. Musik, Sport und Natur sind meine Ruhepole, um auszuspannen und wieder Kraft zu tanken. Bei der Musik bevorzuge ich eher die leisen Töne. Ich spiele Gitarre, Klavier und singe in einer Band. Enorm wichtig ist mir der respektvolle und faire Umgang mit meinen Patienten. Mein Team und ich sind Ihnen ein zuverlässiger Partner.